Aktuell stellen das viele Kunden die Frage, wie es ausschaut mit Besichtigungen nach Covid. Manche haben Angst davor, dass zu viele Besichtigungen in ihrem Haus stattfinden könnten und dort haben wir ein ganz tolles Instrument mittlerweile im Haus und zwar können wir mit der Matterport Kamera 360 Grad Touren machen durch ein Haus oder eine Wohnung, so dass der Kunde, der Interessent im Prinzip im Vorfeld die ganze Wohnung oder das ganze Haus anschauen kann und sich somit einen Top-Überblick verschafft. Das ersetzt in vielen Fällen die erste Besichtigung und man kann nur noch mit den Personen anschauen, das Haus oder die Wohnung, die wirklich interessiert sind und das Haus oder die Wohnung kaufen möchten.